oder was wir auch machen müssen auch ich frage erst mal was deine karre ist so dass das sein so okay wir sind hier mit wie viel ist dein outfit wert wenn man kann diese polizei feste ne schuhe auch von louis vuitton natürlich nicht unten sehr gut oder 4,30 warte kurz oder warum hast du bullen du kleiner scheiß paparazzis digga scheiß paparazzis ich mach die grad weg das sind nur meine kollegen die sind ein bisschen sauer ich hab deren muffins weggegessen weißt du also ok ok fangen wir an mit deinem schuh ne warte lehren wir müssen das neu machen wir müssen das kurz neu machen du musst dich da so hinstellen und ich fahr dann ich komme dann bricade mit voller pulle angefahren bricade ja was ist das digga du hast bullen as fuck hast dich getötet nein bruder ich hab einen stern bruder warte starte 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 okay du musst sagen jetzt haben wir jetzt haben wir einen famous gast der hat immer paparazzis bei sich jetzt haben wir einen famous gast der hat immer und zwar der ganz viele paparazzis razzis so was geht also wie heißt du ja lecker starke waffe warte riskus oder ey ich muss nein ich muss kurz die ganze paparazzis weg machen paparazzis so jetzt sag du komm raus also die frage heute ist wieviel ist dein outfit wert oder du kannst währenddessen mit anderen leuten kämpfen nein kann ich doch bruder vertraut ja ok fangen wir an bei deinen schuhen meine schuhe guckst du mir an bruder meine schuhe john 4er ja schuhe 4.50 bei kalitas ja warte du bist warte ich hab eine panikattacke warte 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 wir machen nochmal 5 warte jetzt habe ich keine bullen mehr ok ich komme nicht mit bricade angefangen passt die loadchecke so ja safe und der kommt so alter wer hat denn so geparkt bruder ich hab voll idioter ich dachte ich komme dadurch hat sich komme ich wieder lernen so fang schon mal an wir sagen jetzt hier kommt jemand gleich mit einem lambo sagt ihr kommt gleich famous gast mit seinem teuersten auto scheiße bist du da zu kurz letzter rege ich rufe kurz kollegen an ich ruf kurz leitstelle an oder ich bin dumm ich muss so lange noch überleben nein bruder wasser ich musste ich muss kurz leitstelle anrufen hatte kurz hatte kurz es klingelt das klingelt ok oder ab fertig fertig ich bin noch stolz oder ja und auch schon also also warte warte fangen wir an also ich fange erstmal mit meinem auto an ich habe erstens eine hose von digga alter hose von baggy jeans digga also die schuhe sind von fortnite die sind alle teils alter wie teuer sind deine nippel boah die sind sehr teuer die tasche ist von pringles die ganze zeit darauf haben wir mit einem aus dann oder fangen wir an bei den schuhen oder meine schuhe und schweiß die er die johne 5 war freie red warte kussi muss ich muss kurz der spaz machen der noch keine krisen ich habe krisen beteckte drin also ruse ist von deutsche gabana scheiße ich hab wieder die kolle ach so das ist übrigens mein auto ja oder vertrau scheiße ich finde deine mutter ich schwere ich bin nicht gleich zu dir ich finde deine mutter und deine schwester wir werfen noch einmal raus ich gehe wirklich nicht gleich raus und ich wollte dein haus du bastard würde vernünftige aufgeschickt machen wir uns über crashen digga komm rein wir machen währenddessen ich hier fahre oder komm rein ja warte ich kann damit kann janian warte kurz ich habe dich wenn du es machst ich finde ich nein ich habe gesagt wenn du nicht gesagt wenn du noch mal muss ich jetzt ich gehe zu dir springen der hausse bastard ja fabi komm jetzt war das doch mal vernünftig hier kommen drei generationen auf dein haus ich komme ich komme angefahren warte bruder der gast kommt gleich jungs müssen kurz warten weil es schon wieder nicht geht wie immer ach so da ist ja schon ja bitte schlag den ey egal so bruder ich hab keinen bock mehr scheiße nigger ist einer auf denen die werden cops digga digga I can breathe digga du hast Bullen mach mal weg jetzt nein ich hab nur Kollegen vertraut die wollen mir nen Donut wieder doch einmal scheiß du rein ich gehe ich gehe nicht mehr ja warte kurz ich muss doch kurz Kollegen was schicken digga digga ich ruf grad an oder ich noch 85 Sekunden dann kann ich erst deren Donuts wieder zurückzahlen digga bis dahin hab ich noch ein bisschen Spaß mit denen digga noch 42 Sekunden und ich muss kurz die Kollegen von oben auch noch abholen noch 42 Sekunden und ich muss kurz die Kollegen von oben auch noch abholen boah die treffen mich ja mit jedem Schuss es ist okay Bruder wir machen jetzt vernünftig okay ich zieh jetzt auch durch guck warte Digga komm mal jetzt vernünftig kein bock mehr so warte Bruder ich komm jetzt ich komm jetzt Ich hasse cops, digga Warte kurz, warte ich komm nicht wieder Hey warte ich hab keine Arme just mehr Alles gut Bruder ich komm jetzt Digga willst du mich ficken Nein warte kurz, ich bring mich kurz selber um Digga Ich komm jetzt ehrlich Digga Ich hab selber kein Bock mehr Ich hab selber kein Bock mehr Start Start nur ein Clip, start nur ein Clip Vertrau Hast du noch ein Clip? Ja Okay Bruder ich komm mit Weppe Dominator Digga Ja Ey der klingt nicht mal so schlecht Digga der klingt voll krass Bruder komm mal jetzt Sag mal Homie Es geht Digga lange Warte Es geht Also wie heißt du? Äh Jagman Ja weiter Sturkanda Was wird dein Camp los? Ah egal Also Wir fangen an bei den Wir fangen an bei den Schuhen Wie viel ist dein Auto fertig? Äh Was machen wir überhaupt? Wie viel ist dein Auto fertig? Achso Ja Bruder watz watz Ich muss mich vorbereiten Ähm Meine Handschuhe Äh nicht meine Handschuhe Meine Schuhe Sind Springer Stiefel Getragen von Adolf Hitler 2000 2000 2000 roundabout weißt du? Ja ja Meine Hose und meine Schlüssel zusammen Dein Hauswert Weil ich hab da überall die Knast Schlüsse von den Schwarz weißt du? Ja 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 Bruder Oh hast du geile Nippe Digga Ah okay Ja okay Äh Mein Äh Hier mein T-Shirt und so weißt du? So mit extra Einstichlöchern mit Blut und so Alles für Halloween Äh Bruder Roundabout 4000 Euro Ja So woher gibt's Bruder Welche Mark Welche Brand? Ah Darf ich nicht sagen Digga Too late Wie Darf ich nicht sagen Okay Zeig weiter Äh Die Kipp dich Rauche Oder mal Bro Bruder geh mal auf Geh mal auf bitte Ich brauch gerade eine Ja okay Bruder hier warte ich job dir Ja warte Ja Bruder 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 Dankeschön Da liegt die doch Bruder hier Ach scheiß drauf Digga Ja auf jeden Fall Ja auf jeden Fall Friseur bei New Style Muss man wieder nachschneiden lassen Digga Seiten Bruder Seiten wachsen wieder ne Seiten wachsen wieder Ey warte Bruder ich hab eine Nachrichtigung bekommen Lass mal ein B-Real machen Digga Ja okay Muss kurz das B-Real machen Warte wir machen Filter Bruder wir machen diese Schwarz-Weiß-Filter Pör Digga in der Galerie speichern Ja und das war's eigentlich ne Ja okay Ähm Wie läufst du mit Chaias eigentlich Gut Bruder sehr gut Ich klau dir mal los Habs weißt du Achso Ja Chili Ja Ne auf Chili Milli ne Ja Was geht noch ab Was machst du heute noch Na ich muss jetzt mal los Bruder einsatz und so ne Ja okay hau rein Ich muss jetzt mal Ein bisschen leh Ich wollte doch mich grad umbringen du Hund Und ja hast mich gefickt ja Hör rein Bruder Hör rein Bruder